Um Himmels Willen, Hans, hast du das Gas abgestellt? Ja. Und den Kühlschrank, haben wir den abgeschaltet? Ja, mach dir keine Sorgen. Wir haben alles ausgeschaltet, abgeschlossen und abgestellt. Ich habe alles extra noch einmal geprüft. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Und der Grill war trotzdem noch an. Und das Haus ist fast niedergebrannt. Und Gott sei Dank waren die Nachbarn zu Hause und wir haben ihnen den Hausschlüssel gegeben. Und Gott sei Dank haben sie die Post auf den Küchentisch gelegt und den Grill gesehen. Wir hatten ein solches Glück. So beruhige dich doch, Barbara. Ich bin durchs ganze Haus gegangen, habe in jedes Zimmer geschaut. Letztes Mal habe ich das nicht gemacht. Deshalb ist beinahe etwas passiert. Na, wenn du meinst. Aber ich rufe trotzdem heute Abend die Nachbarn an, damit ich in Ruhe unsere Ferien geniessen kann. Ja. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.